Ein großer Teil korpuslinguistischer Arbeit liegt in der Beschreibung von sprachlichen Mustern, also etwa Einheiten, die häufig zusammen auftreten und damit möglicherweise einen besonderen Status haben. Um solche Ko-Ockurrenz-Phänomene zu identifizieren, muss man an irgendeiner Stelle auch zählen. Das wollen wir uns an einem recht anschaulichen Beispiel aus der Phrasiologie anschauen, der AND-Koordination. Wir können nach koordinierten Strukturen erstmal grob mit dieser Abfrage suchen, die sagt, dass die Variablen-Slots keine Interpunktion enthalten sollen. Die Konkordanz sieht auf den ersten Blick nicht wirklich interessant aus, mehr noch, eigentlich scheint es, als seien da nur so hundsgewöhnliche Koordinierungen zu sehen, wie die ersten vier Treffer, Stationary in Packaging, UK in France, Over and Breaking oder Anybody in We. Diese Strukturen klingen nicht besonders auffällig und sie als besondere Einheit zu sehen, wäre nur schwer zu erklären. Wenn man aber genauer hinsieht, dann fällt auf, dass häufig Wörter der gleichen Wortklasse koordiniert werden, die sich dann schon viel eher zusammengehörig anfühlen. Die Verben Hold and Transfer, die Adjektive Efficient and Secure oder die Substantive Managers and Brokers. Also beschränken wir die Suche zur Illustration mal auf Substantive auf beiden Seiten. Aber auch diese Liste sieht auf den ersten Blick nicht mega spannend aus. Das wiederum könnte grundsätzlich daran liegen, dass wir beim Betrachten von Einzelfällen ein zugrunde liegendes Muster nicht sofort oder nicht so gut erfassen können. Denn viele Muster erschließen sich erst, wenn man Daten aggregiert, also zusammenfasst. Das gilt hier vermutlich genauso und eine Möglichkeit, Daten zu aggregieren, ist, die Vorkommen auszuzählen. Also zählen wir mal, um zu sehen, ob etwas besonders häufig koordiniert wird. Count last by a word. Wir sehen, Men and Women ist am häufigsten, dann Mom and Dad, dann Law and Order und so weiter. Eine Frequenz ist für sich genommen zwar nicht uninteressant, spannender ist an dieser Stelle aber die Beobachtung, dass die Reihenfolge der Items offenbar nicht zufällig ist. Denn wäre sie zufällig, würden wir für Women and Men ungefähr die gleiche Anzahl an Treffer finden. Da dem nicht so ist, und das gilt offenbar für keine dieser Koordinationstypen, denkt man sich, ups, das ist ja interessant, warum ist das so? Dem könnte man jetzt also weiter auf den Grund gehen. Denn abgesehen von Eigennamen wie Marx und Spencer gibt es a priori keinen logischen Grund, weshalb Bits and Pieces, Education and Training oder Males and Females so viel häufiger in dieser und nicht in einer alternativen Reihenfolge auftreten. Sie werden jetzt sagen, naja, Boys and Girls klingt für uns natürlicher als Girls and Boys, aber das liegt wiederum genau an seiner Häufigkeit, nicht an einem sprachstrukturellen Grund. Zur Übung können Sie ja mal die anderen Wortklassen oder die Or-Koordination suchen und zählen und variieren Sie auch, wonach Sie zählen, also mal nach dem Lemma, mal nach dem String und prüfen Sie, ob und wo es vielleicht einen interessanten Unterschied macht, Groß- und Kleinschreibung zu ignorieren. Wen das Phänomen an sich interessiert, solche Strukturen sind in der Literatur als Binomiale oder Englisch Binomials bekannt. Die Moral? In der Analyse von Sprachdaten geht es grundsätzlich darum, das Typische vom Untypischen zu trennen. Korpuslinguistisch ist zunächst als typisch definiert, was häufig ist. Natürlich ist Frequenz ein extrem vielschichtiges Konzept, aber nahezu allen Fragestellungen in der Korpuslinguistik liegen letztendlich Frequenzdaten zugrunde. Das müssen nicht notwendigerweise harte Zahlen sein, das kann auch ein besonders auffälliges, qualitatives Muster sein. Viele solcher Muster erschließen sich uns aber nicht bei der Betrachtung von Einzelfällen, sondern erst und besonders dann, wenn wir Daten aggregieren, also zusammenfassen. Und auszählen ist dafür eine häufige Strategie. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.